Dann machen wir Bits und So heute mit freundlicher Unterstützung von Jimdo, wenn ihr eine Website haben möchtet, die sich quasi selbstständig zusammensetzt. Ihr müsst nur noch die Inhalte reinfüllen, dann geht ihr auf de.jimdo.com slash bitsundso und bekommt 20% Rabatt auf euren Kauf. Dann nehmt ihr euch so ein Jahrespaket am besten und dann habt ihr entweder den Jimdo Dolphin, den Chatbot oder den Creator, um eine Website zusammenzustellen und könnt dort eure Inhalte über die mobile App reinladen. Ihr könnt Fotos direkt machen, hochstellen, ihr könnt Dateien hochladen und die dort linken, wenn ihr eine Speisekarte vom Restaurant habt. Sie fokussieren sich natürlich so auf diese kleinen Unternehmen gerade, weil an einem gewissen Punkt ist halt Jimdo dann auch zu klein. Wenn ihr den größten Shop der Welt irgendwie starten möchtet, dann ist es wahrscheinlich irgendwann zu klein. Aber ihr könnt natürlich auch darüber hinaus wachsen, weil es kein Problem ist, wenn es auf eurer Domain läuft. Die Domain gehört euch, die könnt ihr mitbringen oder, wie sagt man, dort kaufen. Und das ist dann für euch die Sicherheit, dass euch diese Domain, solange sie bezahlt, gehört. Und ihr habt einfach nicht das Problem, dass irgendein soziales Netz euch wegbricht oder irgendwas da passiert. Das ist dann euer Ding, da könnt ihr euer Geschäft drauf machen. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache auch für den kleinsten Laden, damit nur die Öffnungszeiten in Google Maps stimmen. Die werden dann nämlich auch einfach automatisch rausgezogen. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Kujang Code Bits und so für 20% Rabatt auf euren Kauf. Kujang Code Bits und so für 20% Rabatt auf euren Kauf. Kujang Table Bits und so für 20% Rabatt auf euren Kauf. Kujang Code Bits und so für 20% Rabatt auf euren Kauf.